Es ist hebsch, dass die uns hier in unseren Eisfalle besucht. Hättet aber besseres Watter müssen mitbringen. Das Schienchen noch nimmer ein bisschen Sonne. Das braucht man eigentlich. Naja, aber auf das Watter haben wir nun Gott sei Dank noch keinen Einfluss. Das ist auch gut so. Sie gibt es hier noch viele Mehlkroch und Zank. Christel Kinzel hat drei Töchter und acht Enkel. Sie lebte bis auf ein paar Jahre in Apolda, immer hier in ihrem Geburtshaus. In unserem Haus wurde nur ganz klar Hochdeutsch gesprochen. Und dann war ich in einem großen Bekleidungswerk in der Lohntrechnung. Und die ganzen 40 Frauen, die sprachen alle Mundart. Manchmal lachten sie, wenn ich es falsch machte. Und dann habe ich dann immer nur gesagt, ach naja, ihr macht auch nicht alles richtig. Seitdem ich dann gemerkt habe, ich träume platt, dann konnte ich es. Seit vielen Jahren ist sie als Organistin in den Gemeinden der Umgebung aktiv und betreut Pilger in der Wallfahrtskirche Etzelsbach. Dort trifft sie heute ihre Freundin Margareta Heimbrot. Die von Geburt an platt spricht und Hochdeutsch erst in der Schule gelernt hat. Und meine Generation, die spricht schon noch Mundart. Aber die Kinder, da ist das total von der DDR-Zeit her abgelehnt worden. Man hat die Eltern ja direkt gezwungen, nicht mit den Kindern Mundart zu sprechen. Ich freue mich immer, wenn so die 50, 60-Jährigen noch untereinander auch platt sprechen. Das ist die Generation, die noch von den Großeltern aufgezogen ist. Die Jüngeren jetzt, die lachen nur und wenn sie mal im Brocken so irgendwie sagen, Ach, wisst ihr, du, das ist aber hübsch, das kannst du mich mal ein bisschen gehalten können. Kannst du denn schon, wer, Herr? Ach, ich, weißt du, ich, ich habe doch das Lied für die Mutter Gottes gemacht. Die ganzen Leute, die so in meinem Alter sind, die sprechen platt miteinander. Also nicht Hochdeutsch stand. Und da muss man schon manchmal aufpassen, wenn man jetzt nur Hochdeutsch spricht, dass dann dieses mir und mich dann nicht dazwischen verkehrt ist. Dieses Plattdeutsch ist ja auch unterschiedlich. Das ist schon von Dorf zu Dorf bei uns hier unterschiedlich. Da werden manche Ausdrücke eben ganz anders gesprochen. Da, bei manchen heißt das Futter, wenn jetzt wir holen ein Futterhäu, dann sagen wir ein Futter, wir lachen ein Futterhäu. Und wenn sie woanders sind, dann in Botenrote oder Westhausen, da haben sie dann schon eine Futterhäu. Christel Kinzel fährt weiter nach Neuendorf im Unter-Eichsfeld zu ihrer Großcousine Gerda Müller. Neuendorf liegt ganz nahe an der früheren innerdeutschen Grenze. Hier war Sperrgebiet. Auch DDR-Bürger brauchten einen Passierschein. Gerda hat gerade Besuch vom Ehepaar Saul, ihren Nachbarn. In Neuendorf wird anders als im obereichsfeldischen Steinbach gesprochen, und zwar ostfälisch. Ist gut, dass sie mich mal besucht hat, da freu ich mich ober. Die Sprache gehört fast nur Plateaus. Ja, ja, also ich sehe auch immer davor, dass man das nicht feilen loten darf. Wenn es da Sprache noch, dann hätten wir nach dem Westen gehört. Oben der Rotenberg ist die Sprachgrenze. Ose ist Niedersächsisch. Und das ist obereichsfeldisch. Ose hat in Norddeutschland, bis an der Nordsee, da könnte er sich besser verstehen, wie der Stornbecher. Der Stornbecher, der will er sich nicht verstehen. Ich war 28 Jahre, ich konnte noch kein Plateausprachen. Und was ich hier in Konsum habe gearbeitet, da kamen die ganzen alle Leute. Und dann hätte ich natürlich mit mir Platte gesprochen, und ich immer Hochdeutsch. Da habe ich angefangen, Platte zu proben. Ja, ich komme jetzt ein wenig mehr zu tun, weil ich ja Rentner sehe, und dann gucke ich ab und zu mal rüber, und gucke auch mal, ob man tun, was den Nappern alle noch so mag. Und das möchte ich den Nappern so ein wenig helfen, dass sie mich unterstützt und dann noch in die Garten kommen. Oh, als Kind habe ich ja ganz Hochdeutsch gedacht. Habe ich ja mal gedacht, Oma ist klug, die kann Tresprachen, die kann Platt, die kann Nungdorfisch und Steinbachisch. Ja. Und Hochdeutsch. Und morgen auch hier beim Karneval, morgen die Püten auch mit Augen platt. Da sieht man dann ganz viele junge Leute, die dann sehen, wir verstehen das nicht. Ich sehe den Leuten ein bisschen aufpassen, dann geht es an ihnen schon mehr. Wie steigen hier alle, diese Storchen heißt sprechen, wie uns das Schnabel steht, so dass es derjenander wie einst im Babel geht. Aber mit Bunkendurm im Himmel, der Herrgott rieft auch so, doch wenn wir uns noch hielen, dann sind wir herzlich froh. Wie wohnen wir noch gar nicht, wohnen wir noch gar nicht, wenn wir eine halbe gehen, wie wohnen wir noch gar nicht, wohnen wir noch gar nicht, wenn wir eine halbe gehen. Wie wohnen wir noch gar nicht, wohnen wir noch gar nicht, wenn wir eine halbe gehen. Wir blieben hier noch gar nicht, blieben hier noch gar nicht, blieben hier noch gar nicht.